DRS2, zum Thema der Woche Chinesische Denker, begrüsst Sie Eva Oertle. Gestern haben wir uns über Konfuzianismus und Taoismus unterhalten. Heute geht es um den Zen-Buddhismus und um einen wichtigen Vertreter in China, um Bodhidharma. Mein Gast ist wieder der Sinologe Mark Winter. Mit ihm werden wir versuchen, uns dem chinesischen Zen-Buddhismus zu nähern. Unser DRS2-Hörer Samuel Brücker liest uns zum Einstieg eine schöne Zen-Weisheit. Ein Gespräch zwischen den zwei Zen-Meistern Hu Neng und Shengshu. Eine Weisheit, die uns übrigens Mark Winter noch erläutern wird und die typisch für die Zen-Philosophie ist. Shengshu sagt... Der Leib ist der Bodhibaum. Der Geist ist wie ein klarer, stehender Spiegel. Poliere ihn allzeit mit Eifer. Lass keinen Staub daran haften. Und jetzt sagt der Hu Neng da dazu. Im Grund gibt es keinen Bodhibaum. Da ist kein klarer Spiegel auf einem Gestell. Im Ursprung ist da kein Ding. Worauf soll sich Staub legen? DRS2, Thema der Woche, chinesische Denker. Nach Konfuzianismus und Taoismus steht also der Zen-Buddhismus im Zentrum. Beim Wort Zen, da denkt man zuerst an Japan. Der Zen-Buddhismus wurde aber erst im 12. Jahrhundert nach Japan übertragen, während er in China bereits im 2. Jahrhundert bekannt war. Meine erste Frage an Mark Winter, an unseren Zenologen. Wodurch unterscheidet sich denn der chinesische Zen-Buddhismus von den anderen Formen des Buddhismus? Zunächst mal denkt man zu Recht an Japan, weil das Wort Zen ist auch ein japanisches Wort. Das ist die japanische Aussprache des chinesischen Wortes Chan. Und auf Chinesisch heisst er Chan-Buddhismus. Und der Zen-Buddhismus unterscheidet sich durch die Tatsache, dass er weniger gelehrt ist, weniger eine Buchgelehrsamkeit hat, als andere Formen des Buddhismus. Weil er nun mal in erster Linie auf die spontane Erleuchtung aufgebaut ist. Also er geht davon aus, dass man sich nicht durch einen mühsamen Lernprozess bis zur Erleuchtung vorarbeiten kann, sondern dass Erleuchtung jederzeit und überall sich einstellen kann und durch irgendetwas ausgelöst wird. Und das ist das Spezielle des Zen-Buddhismus ganz sicher. Also er hat eine sehr starke Betonung der Meditation und eine starke Betonung alltäglicher, profaner Arbeiten wie Wischen oder wie die Gärten, diese japanischen Zen-Gärten mit den Rechen beispielsweise. Profane Tätigkeiten, die gar keine grosse geistige Aktivität verlangen, sind Aufgaben von Zen-Mönchen, weil diese ein anderer Weg sind zur Erleuchtung. Es ist sozusagen ein anderer Weg, die buddhistische Erleuchtung zu erlangen, als das traditionelle Studium von Texten und so weiter. Da gibt es ja die sogenannte Praxis, dass man sich auf diese alltäglichen Dinge wirklich konzentriert, die volle Konzentration darauf ausrichtet. Und das zweite wäre dann das sogenannte Zartsehen, dass man einfach im Sitzen den Blick gesenkt hat, die Hände ineinander verschränkt, die Daumenspitzen, die sich leicht berühren. Man sieht sozusagen einen Lotus-Sitz. Was ist das Ziel dieser Meditation und dieser Konzentration auf den Alltag? Also das Fernziel ist immer die Erleuchtung, ganz selbstverständlich. Was versteht man unter Erleuchtung? Das ist genau die Frage. Die Erleuchtung, glaube ich, so wie ich es verstehe, ist im chinesischen Buddhismus etwas anders als im ursprünglichen indischen Buddhismus. Also Buddha war ja ein Inder und in Indien gab es, zur Zeit der Buddha lebte, den Hinduismus. Und der Hinduismus ist eine Lehre, die von Wiedergeburt und von Karma lehrt. Also es gibt eine ständige Wiedergeburt, eine Seelenwanderung, und man wird wieder in einen neuen Körper geboren, abhängig davon, was man in seinem letzten Leben getan hat. Der Karma-Gedanke, der karmische Gedanke ist im Hinduismus bereits da. Und was Buddha nun weiterentwickelte, also sozusagen der Beitrag des Buddhismus ist, dass es einen Ausweg gibt aus diesem immer wiederkehrenden Zyklus der Wiedergeburten. Das ist sozusagen zunächst mal, was Buddha getan hat. Also er hat einen Weg aufgezeichnet, wie man aus diesem nicht endenden Zyklus herauskommt. Nämlich, indem man erkennt, dass die Existenz auf der Erde Leiden ist, dass unser Leben hier in dieser Welt ein schmerzhaftes, ein leidvolles ist. Und indem man erkennt, was einen in diesem leidvollen Leben hält, nämlich die Anhaftung, das Versessensein auf Dinge, der Egoismus, der Versuch, dass man als Person größer ist, als man vielleicht ist, dass man sich selbst zu wichtig nimmt. Diese Dinge wurden vom Buddha erkannt. Und der Buddha hat dann gesagt, also der Buddha heißt der Erleuchtete. Der Buddha hat dann gesagt, in dem Moment, wo ihr das erkennt, diese Zusammenhänge, habt ihr eine Möglichkeit, den Zyklus zu verlassen. Das ist zunächst mal die Lehre. Und als es dann nach China kam, der Buddhismus, ab dem 2. Jahrhundert nach Christus, kam der Buddhismus langsam über die Seidenstraße nach China, hat er in China eine neue Lehre angenommen. Es gibt eigene Schulen des chinesischen Buddhismus, die sich von denen des indischen unterscheiden. Aber ich weiß gar nicht, ob es in Indien buddhistische Schulen gibt, so sehr, muss ich gestehen. Aber im chinesischen Buddhismus gibt es verschiedene Schulen. Und diese zielen im Prinzip darauf ab, dass man erkennt, wie die Gesamtzusammenhänge der Welt sind. Also es ist weniger ein nur auf das Leiden und die menschliche Existenz konzentrierte Lehre, als eine sehr stark kosmische Lehre. Also der kosmische Aspekt des chinesischen Buddhismus sehr, sehr stark, dass man erkennt, dass die ganze Welt in einem Sandkorn drin steckt, beziehungsweise dass dieses Sandkorn eben die ganze Welt enthalten kann. Um hier ein Beispiel zu zitieren. Das sind Lehren, die darauf abzielen, dass man erkennt, dass nicht nur unsere Welt hier, man nennt das Samsara, und das Nirvana, also die Nicht-Welt existieren, sondern dass eben auch diese beiden in einem Zusammenhang stehen und dass man erkennt, dass der Zusammenhang der gesamten Welt ein sehr einfacher ist. Und diesen Zusammenhang zu erkennen, das ist Erleuchtung. Und die führt nun dazu, also im indischen Buddhismus eben, dass man ins Nirvana eintreten kann, also dass man aus diesem Zyklus der Wiedergeburten austritt. Aber im chinesischen Buddhismus hat das Nirvana keine sehr große, wichtige Funktion, sondern dort gibt es eine Art Paradiesvorstellung, also ein Überwinden des Leidens in einer anderen Existenz, was im indischen Buddhismus nicht vorkommt. Was aber unabhängig vom Tod ist, das kann schon im Leben erreicht werden. Das wird immer im Leben erreicht. Und nach dem Tod entscheidet man dann, was man tut. Weil der Buddha wurde auch in seiner Lebenszeit erleuchtet und ist dann in seinem Tod, deswegen gibt es so viele Darstellungen, man nennt das immer den schlafenden Buddha, also des liegenden Buddhas, da tritt er ins Nirvana ein. Und chinesische Buddhisten versuchen, und japanische auch natürlich, versuchen, diese Erleuchtung zu erlangen in dieser Existenz. Also wir arbeiten sozusagen daran, dass wir die grossen Zusammenhänge erkennen, wie die Welt funktioniert. Und in dem Moment, wo wir diese Zusammenhänge erkannt haben, können wir uns davon lösen und können wir die hinter uns lassen und sind dann erleuchtet. Wie wird diese Philosophie in den chinesischen Alltag eingebaut? So viel ich weiss, ist es so, dass der Zen-Buddhismus sehr stark an Klöster gekoppelt ist. Während es für den volkstümlichen Buddhismus andere Schulen gab, es gibt eine Schule des reinen Landes, und dort ist die Erlösung weniger die Aufgabe des Einzelnen, als es gibt den Buddha der Zukunft, den Maitreya-Buddha, das ist dieser Dicke, der in China sehr dicke geworden ist, und es gibt den Amitabha-Buddha, das ist eben der Vorsteher des Paradieses sozusagen, der Buddha, der für das Paradies zuständig ist, und man bett diese Leute an, vergleichbar mit Heiligen in der katholischen Kirche, und die kümmern sich dann darum, dass man gute Wiedergeburten hat oder auch letzten Endes wahrscheinlich die Erleuchtung. Also es gibt einen volkstümlichen Buddhismus im Alltag und es gibt einen elitären Buddhismus in den Klöstern. Das sind zwei verschiedene Dinge. Eine zentrale Figur im chinesischen Zen-Buddhismus ist Bodhidharma. Was ist das für eine Figur? Bodhidharma war ein Inder und der hat den Buddhismus nach China gebracht. Das ist zumindest die Legende. Es gibt natürlich sehr viel frühere Kontakte und es gibt sehr viel früher auch Leute, die nach Indien gegangen sind und dort Sutren nach China gebracht haben, aber Bodhidharma wird in der Regel zugeschrieben, dass er den chinesischen Buddhismus gegründet hat und insbesondere den Zen-Buddhismus. Bodhidharma lebte zwischen etwa 480 und 520, nach Christus und er war ein Eremit, ein Höhleneinsiedler, setzte sich in eine Höhle und startete diese Wand an und versuchte einfach zu erkennen, was die Struktur der Welt ist und des Kosmos, indem er vor dieser Wand meditiert hat. Und es gibt eine Reihe von Dingen, die dem Bodhidharma zugeschrieben werden, beispielsweise, was jetzt nichts mit dem Buddhismus direkt zu tun hat, gibt es die Legende, dass er eingeschlafen sein soll und sich die Augenlider weggerissen hat und so den Teestrauch begründet hat. Und den Zen-Buddhismus soll er auch begründet haben und auch in der Kampfkunst. Sie wissen ja, dass es mit den Shaolin-Mönchen praktisch ein Zusammenhang gibt zwischen Kampfkunst und Buddhismus. Diese Shaolin-Mönche und das Kung-Fu, das letztlich auch auf die Buddhisten zurückgeht, das soll auch von Bodhidharma entwickelt worden sein. Also er ist so der Urheber sehr vieler chinesischer eigener Tradition. Es gibt nichts zu erreichen, nichts zu tun und nichts zu besitzen. Eine Zehn-Weisheit, wie lässt sich das im heutigen China denn vereinbaren? Da ist ja der Fortschritt zentral, klafft hier da Philosophie und konkrete Umsetzung doch ziemlich auseinander. Es ist natürlich so im heutigen China, dass es sehr starkes Bedürfnis nach Materiellen gibt und nach sozialer Stellung, wie es das bei uns ja auch gibt, aber eben auch das Bedürfnis nach spiritueller Erfüllung. Und diese beiden stehen, wie auch bei uns, natürlich in einem sehr starken Widerspruch. Und so wie Leute sozusagen bei uns knallharte Geschäftsleute sind, aber dann sich als Christen verstehen und die Nächstenliebe als einen wichtigen Wert für sich betrachten, ist es natürlich auch in China so, dass man durchaus nach außen ein Geschäftsmann sein kann, aber sich innerlich und für seinen Seelenfrieden eine gewisse spirituelle Seite beibehalten will. Was für eine Rolle spielt denn der Zen-Buddhismus in China in der heutigen Gesellschaft? Ich würde sagen, er spielt kaum eine Rolle in der heutigen Gesellschaft. Er spielt eine Rolle als eine philosophische Schule, dass man weiss, dass es ihn gibt. Und er ist wichtig für Intellektuelle, die um dieses Erbe und um diese Tradition wissen. Und er ist sehr herausfordernd, weil es eben eine sehr, sehr anspruchsvolle Lehre ist. Es gibt beispielsweise einen Ausspruch, der sagt, wenn du den Buddha triffst, töte den Buddha. Und was das heisst, ist, die grosse Versuchung im Buddhismus ist, dass man in seinem Bedürfnis möglichst stark sein Selbst zurückzuschrauben und seine Persönlichkeit, sein Individuum zurückzunehmen, an einen Punkt kommt, wo man stolz ist darauf, dass man das geschafft hat. Und dieser Stolz ist natürlich wiederum genau die Wurzel des Übels. Also dieser Stolz ist wiederum eine Anhaftung und ist wiederum das Falsche. Und deswegen ist sozusagen, wenn man jetzt den Buddha trifft, dann hat man so eine Freude als Buddhist, dass man sich freut, dass man den Buddha eben trifft, dass man sofort wieder weggeht von dem, was das Ideal ist. Und das ist auch in dem von Ihnen zitierten Spruch, geht es darum, es gibt eben nichts zu erreichen. Es geht nicht darum, dass wir etwas versuchen zu erreichen, dass wir auf ein Ziel hinarbeiten, sondern das Ziel ist sozusagen das Erkennen, dass es eben gar kein Ziel gibt und dass ich mich in dem Moment, wo ich auf das Ziel hinarbeite, weiter in diesem Zyklus des Leidens befinde. Und deswegen, auch wenn du den Buddha siehst, töte den Buddha, weil das ist die grösste Versuchung, die es geben kann. Das heisst ja auch, 10 ist der weglose Weg, das torlose Tor. Ja, es gibt ein Buch, Wumen Guan, das torlose Tor. Und sehr wahrscheinlich kommt es von dort. Ein Weg, den Zen zu vermitteln, sind diese Koan genannten absurden Sprüche. Also es gibt eine Reihe von kurzen Aussprüchen, die von unserer Logik aus betrachtet absurd sind. Beispielsweise ein berühmter ist, wie klingt das Klatschen mit einer Hand? Also wie ist es, wenn man Hände zusammen klatscht, aber nur mit einer Hand? Wie klingt das? Und diese Sprüche sollen helfen, dass man über Dinge ganz anders nachdenkt, beziehungsweise dass man erkennt, dass die Logik, die wir haben und mit der wir arbeiten, dass die eben in die falsche Richtung weist. Wir müssen versuchen, aus dieser Logik auszubrechen. Und deswegen gibt es diese absurden Lehrsprüche. Haben Sie noch ein anderes Beispiel? Es gibt einen Wechsel sozusagen im Zen-Buddhismus, in dem zwei Meister, Meister, nämlich der Meister Shenzhou und der Meister Huenang zusammen schreiben oder sozusagen sich duellieren auf einer Ebene. Und zwar hat Shenzhou, der nördliche Zen-Meister oder Patriarch, hat ein Gedicht geschrieben. Das heißt, der Leib ist wie der Bodhi-Baum. Der Bodhi-Baum ist der Baum, unter dem Buddha seine Erleuchtung erfahren hat. Der Leib ist wie der Bodhi-Baum. Der Geist ist wie ein klarer Spiegel. Alle Zeit müssen wir trachten, ihn blank zu putzen. Achtet, dass sich kein Staub ansetzt. Also, Shenzhou schreibt, dass unser Geist nur wie ein Spiegel ist, dass er alles reflektiert, was von außen kommt, dass es eben kein Ich gibt. Der Geist ist nur eine Reflexion. Und wir müssen trachten, diesen Spiegel blank zu halten. Das ist sozusagen durch die Verminderung der Persönlichkeit. Und dann gibt es den Gegenspruch von Huenang, vom Südpatriarchen. Und der schreibt dann, Ursprünglich hat Bodhi nichts mit einem Baum zu tun. Der Spiegel des Geistes, also dieser Spiegel, steht auf gar keinem Ständer. Buddha-Natur ist immer klar und rein. Wo gäbe es etwas, das sich Staub absetzen könnte? Also, Huenang antwortet auf diesen sehr schönen Ausspruch, diesen sehr guten Merkspruch, dass eben der Geist wie ein klarer Spiegel ist. Und wir gucken müssen, ihn blank zu halten, indem er sagt, der Spiegel ist eine Illusion. Auch unsere Vorstellung, dass es eine Illusion ist, ist schon eine Illusion. Wir müssen erkennen, dass es uns gedanklich nicht möglich ist, die Erleuchtung zu erarbeiten, durch Denken. Sondern erst, indem wir alles loslassen, erst, indem wir versuchen, loszukommen von diesen gedanklichen Kategorien, ist es uns möglich, die Erleuchtung zu erfahren. In der Lehre sozusagen. In der Lehre, ja. Und in diesen täglichen Aktivitäten, eben wie ein Feldrechen oder ein Kies rächen oder den Hof wischen, in ganz profanen Arbeiten. Es gibt auch viele Geschichten, in denen Sennmeister mit Stöcken ihre Schüler geschlagen hätten, beispielsweise. Und dann bei diesem Schlag hat einer der Schüler die Erleuchtung erfahren. Und es gibt eine Geschichte, die dafür grundlegend steht. Es gibt einen Ausspruch über den Buddha. Und da heißt es, als der Buddha einst den Dharma, also die Lehre, vor einer großen Mönchsversammlung darlegen wollte, hob er eine Blume empor und schwieg dabei. Nur einer der Schüler lächelte darüber. Also nur einer der Schüler, die zugucken, erkannte, dass dieses Blume emporheben und diese Blume anschweigen eine Lehre sein kann. Die anderen Schüler warteten praktisch alle mit dem Stift in der Hand auf die nächsten Worte des Buddha. Nur er erkannte, dass in diesem Bild eine Weisheit drin steckt. Und auf diese Weise versuchte der Sennmeben mit vielen Geschichten uns zu lehren, dass wir versuchen müssen, wegzukommen von unserem Ziel, das logisch, intellektuell zu erfassen. Es gibt auch in Deutschland und in der Schweiz viele Leute, die sich mit Zähn-Buddhismus beschäftigen. Was macht denn für uns den Zähn-Buddhismus so faszinierend? Ich glaube, es ist sicher eine intellektuelle Herausforderung, keine intellektuelle Herausforderung zu haben. Also der Versuch, dass man eben davon wegkommt, Dinge nur über den Kopf zu verstehen, ist sicher eine sehr große, attraktive Seite des Buddhismus generell und des Senn insbesondere sozusagen als seiner härtesten oder reinsten Form. Dann gibt es natürlich bei uns eine Reihe von Büchern wie Senn und die Kunst, ein Motorrad zu warten oder Senn und die Kunst des Bogenschießens, in der wir versuchen, etwas zu erreichen, das sehr fern ist vom europäischen Geist, nämlich eben etwas einfach geschehen zu lassen, etwas bewusst loszulassen, etwas nicht aktiv zu tun, etwas aktiv herbeizuführen, sondern etwas geschehen zu lassen. Und da ist auch wieder, wo der gestern angesprochene Taoismus hineinkommt, es gibt im Taoismus die Lehre des Wu Wei, des Nicht-Tuns oder des nicht-aktiv-etwas-herbeiführens. Und diese Lehre findet sich im Prinzip auch im Senn-Buddhismus wieder. Und das ist was für uns als Europäer, glaube ich, sehr attraktiv erscheint. Die RS2, Thema der Woche, chinesische Denker. Mit dem Sinologen Mark Winter habe ich mich über den Senn-Buddhismus unterhalten. Gestern habe ich gefragt, ob auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, chinesische Weisheiten kennen. Die RS2-Hörer Armin Neff ist folgender Spruch in den Sinn gekommen, der ihn und seine Schüler immer beeindruckt hat. Ein gesprochenes Wort holen vier Pferde im Galopp nicht ein. Also was gesagt ist, ist gesagt und das kann man nicht mehr ausradieren. Vier Pferde im Galopp können wir es nicht mehr einholen. Also aufgepasst. Tja, ein gesprochenes Wort holen vier Pferde im Galopp nicht ein. Pferde im Galopp nicht ein. Pferde im Galopp nicht ein.